Wir sind heute mit dem Orgeltruck unterwegs und spielen vor Seniorenheimen für die Bewohnerinnen und Bewohner, um ihnen eine kleine Freude zu machen und leicht in den Alltag zu bringen. Ich bin Nenad Leonard. Ich spiele sonst auch immer wieder in Altersheimen im Rahmen meines Organistenjob. Sie sind da völlig eingesperrt seit die ersten Massnahmen gekommen sind. Sie durften auch von Angehörigen nicht besucht werden. Es ist eine sehr schwere Zeit. Viele sind einfach wirklich auch froh, dass wir kommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind sehr dankbar für die rege Tätigkeit des Rotary Club. Das ist eine sehr gute Führung.